Jo, Hallöchen, hier ist der Gable wieder zurück, hier bei Kapitel 42 bei Skylanders Superchargers. Natürlich, Himmelschein haben wir gerade gewonnen gehabt und wie ich glaube ich sehe, ist das Kapitel nicht mehr so lang, da hinten wo die runden Murmeln auf dem Fußboden liegen, da ist glaube ich das Kapitel zu Ende und dann wäre Frau schon wieder dran. Ja, ich hätte wahrscheinlich einfach weiterspielen sollen und dann hätte man den vorigen Kapitel ein bisschen länger machen sollen. Kann sein, dass ich vielleicht an das andere Kapitel ranhängen tue und dann, dass ich das kleine Stückchen, was ich hier noch zu machen habe, einfach mit ranhänge. Kommt befallen, wie lange es hier dauert. So, ich muss ja wie gesagt einfach mal ein paar Feinde besiegen, das wusste ich ja gar nicht. Okay, aber kommt vor. Ja, Luftgeleine habe ich schon draufgestellt, kurz mal in der Pause. So, ich komme mal zu dir hier, da Fridolin, ja, weil du nervst irgendwie so komisch. Ey, wieso falle ich mir einfach runter? Wie komme ich jetzt in der Kiste da oben ran? Okay, ich könnte wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, weil ich müsste mal zusehen, wie ich in der Kiste ran komme. Nein, nein, wieder hoch und rücken. Ja, ich müsste mich erst mal um die Feinde kümmern. Ja, ja, okay. Okay, du springst freiwillig runter? Nein, du hast eine Wand runtergezogen. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe Anziehungsmodus. Gibt es hier noch eine Aus... Nein! Mann, nimm mal diese... Ich kann mich gar nicht umgucken, ich will hier in die Kiste ran kommen. Ja. So, jetzt gehe ich hier an den Rand und spring rüber. Ach, da ist ja ein... Okay, alles klar, ich habe nichts gesagt. So, und dann springe ich hier rüber. Ja, sehr schön. Ich will die Kiste haben. Juhu! Ja, das kannst du laut sagen. Ja, alles her zu mir. Jawoll. So, was haben wir hier? Die Washbuckler-Puppe. Washbuckler. Echt cool. Die haben so viel von Swagbuckler eingebaut. Äh... So. Okay, dann muss ich wohl auf dem selben Weg wieder zurück. Ähm, ja. Halbweg zumindest. So. Ja, okay. So, kriegen wir das ja gelötet, ne? Okay. Ach, das wird wohl nichts. Hallo, ich habe den Anziehungsmodus. Ah, okay. Den wollte er aber nicht haben. Ha, ha, ha. Nein, geh rüber. Halb aus. Ja. So, den Mundstein kreile ich mir natürlich auch noch. So. Mundstein Nummer drei haben wir. Ah, wo ist denn hin? Was sieht der nicht? So, und jetzt rüber. Nach links. Nach links! Ah, hier muss ich noch nicht reden. Wie lange habe ich geschlafen? Das weiß ich nicht. Zehntausend war das, glaube ich. So. Okay. Jetzt sind wir hier im Kugellager angekommen. Ähm, 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 so. Jetzt muss ich ein paar Kugeln drehen. Irgendwohin. Oh, cool. Da drehen sich einige sonst wohin. So, erst mal ein bisschen was mitnehmen, paar Sätze. Wo soll ich denn hier hindrehen? Okay, denn eine muss ich jetzt mal hier hindrehen. Das passt doch, glaube ich, schon. Das sieht doch, glaube ich, ganz gut aus, ne? Die Kugeln reagieren auf Schieben und Ziehen. Ja, ja, ich will erst mal hier schieben. So, Moment. Jo, sehr schön. Die ist auch dran, ne? Dann kommst du gleich mal mit hier. Passt doch. So, komm, 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 butt, 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 butt. Ja, fein. Oh, sieht das doch schön aus, ne? Ja, das meine ich doch. Dieser Weg führt zur Kammer des gefährlichsten Objekts, das die Alten jemals erschufen. Der Finsternis-Rissmaschine. Du brauchst einen. Wenn man dieses gefährliche Gerät jemandem anvertrauen kann, dann dir, Skylander. Jo, danke. Und er lernt es endlich mal hier nicht ineinander rein zu quatschen. Ja, sowas ist unmöglich. So, er quatscht hier und er und quatscht dazwischen. Hat aber auch hier. So. Eine Landfahrzeug brauche ich hier. Dann setzen wir mal ein Landfahrzeug drauf und dann... Da habe ich ja doch noch ein kleines bisschen Fahrtstärke und dann müssen wir in Kapitel 43 eintauchen. Dann muss ich ja dann eh aufhören, weil dann ja, wie gesagt, Frauchen dran ist. Und... So. Dann... Ja, ich dachte, da habe ich schon geschaltete Veranziehung. Habe ich ja nicht wissen. Tja, da haben wir das verraten, was ich drauf habe. Das ist zwar Feuer, aber ist doch... Ähm... Meine Güte. So keine Gesundheit mehr. Wow, 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 wow. Mist. Irgendwo waren die Mods gewesen. Ich weiß auch nicht mehr wo. Ich glaube, die waren unten gewesen. Da oben was? Ja, Räder. Na, Räder. Witzig. Ich mache hier was anderes. Boah, ich kann mich nicht lenken. Kommt noch mal. Äh, okay, das Spielchen darf ich auch noch machen hier. Hhehe, ja. Hähm. So, ich versuche's. Ich habe, wie gesagt, leider kein... keine Modkiste gefunden. Sehr schön, hier werden wir alle drei auf einmal bekommen. Naja, raten wir, was ich vorhabe Na komm her So, nimm hier rüber Naja, ich meine hier rüber Ich dachte hier rüber Okay, das wird wohl nichts mehr So, jetzt hier mit Anlauf Komm hier rüber Jawoll Das geht ja auch schneller, als ich gedacht habe So Ja, das sag ich dir So, Kapitel 43, wir sind angekommen Und ich muss aber leider mit dem Kapitel aufhören Weil das ist nicht mehr mein Kapitel Und hier ist Erde dran Und ja Also Dann hoffe ich mal Es hat euch Spaß gemacht Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Also Das ist Kapitel 43 Schaltet Ja, ja Ja, okay Schaltet wir beim nächsten Mal wieder ein Wenn denn Frauchen mit Kapitel 43 dran ist Ja Also Macht mal Hübsch da draußen Und bis später Ciao, ciao 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 Ciao